Hey Freunde, grüße euch. Willkommen zu einem kleinen Vlog von dem Meistervirus hier. Was habe ich heute Schönes gemacht, um euch das mal wissen zu lassen, wenn es euch interessiert. Ich habe mal schön die Seele bauen lassen auf Dead by Daylight im Stream auf Twitch. Und jetzt mal was Schönes gegessen. Ich habe mir die Tage, vorgestern oder gestern habe ich mir schön zwei Texas-Töpfe mit Reis gemacht. Ich hatte eine schöne Streamzeit heute Mittag an ungefähr. Um 18 Uhr war jetzt Schluss. Ich habe jetzt schon den nächsten Auftrag gekriegt, um für jemanden einen Banner anzufertigen. Ich gucke jetzt gerade einen Film, den zeige ich mal kurz rein. Ihr werdet ja wahrscheinlich nicht viel erkennen, weil ich suche mal ran. Ihr seht nur, dass da irgendjemand wieder wegläuft, ja. Von den Geräuschen her könnt ihr es vielleicht nicht wirklich erkennen, aber... So, das ist aber noch nicht alles, was ich euch zahlen will. So, dann habe ich für euch jetzt noch Folgendes. Und zwar wird sich bei mir so ein bisschen was ändern und das zeige ich euch jetzt hier. So, dann suchen wir ihn mal wieder weg, so, damit ihr es sehen könnt. Und ab Samstag kommt dann halt ein anderes Vlog und das dann immer Samstags. Und dann am Sonntag wird dann halt, je nachdem, wenn mir mal nichts dazwischen kommt, dann wird dann halt meist gestreamt. Ich habe keine Uhrzeit dabei geschrieben, weil mir das immer so spontan kommt, ob ich jetzt gerade Bock habe zu streamen oder so. Ja, und das ist halt mein Pausebild, was ich mir heute mal eben gemacht habe, um halt, wenn ich am Stream bin, mal eben kurz Mitteilung, also Info geben. Und, aber auch zu sagen, ey, gerade Stream-Pause war mega lustig, fun gemacht heute. Der Alp hat mitgespielt, also Alp-Bab, Alp, die liebe Akaria hat noch mitgespielt. Wunderbar, wir konnten mal Punkte machen, wir haben ein bisschen gegeneinander gespielt, also, wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr... Das ist die letzte Aufnahme, die, äh, vorhanden ist. Müsste eigentlich, äh, wenn ich vorher nicht nochmal gestreamt habe zwischendurch, äh, ist das die Aufnahme, die am, glaub, als letztes. Ihr müsst dann mal gucken bei Twitch. Ist auf jeden Fall, wenn ich streame, wird das auch aufgenommen, könnt ihr euch angucken, wenn ihr magt. Und, äh, in dem Punkt, ja. Guckt mal nochmal rüber, was ich mir für Film gucke. Ihr seid ja bestimmt interessiert. So, da geht's dann drum, ich weiß nicht, kennt ihr den, wie ihr euch anguckt, ey. G-manipuliert ist laborfähig. Das ist ein Troll. So, ihr habt da schon Troll gehört? Ja. Ja. Da habt ihr einen versteinerten Troll. So, wir sind wieder klein. Also, der Film, den ich gucke, der heißt Trollhunter. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Hoffentlich hat euch Spaß gemacht. Da hab ich den Frodo, Dicker. Der macht sich grad sauber. Der geht nicht, ne, Dicker? Das können wir sagen. Jawoll. Ich würde sagen, ja, bin mal gespannt, was die Woche noch so drin ist. Wetter war scheiße jetzt die letzten Tage. Ich bin mal gespannt, wer von euch drunter schreibt, ob das eine gute Idee ist. Weil ich will mal wieder ein bisschen mehr ins Real Life rein und mich nicht für YouTube kaputt machen, wo ich, äh, ne. Und, äh, ja, das Wetter halt ein bisschen kacke, deswegen. Jo, und sonntags muss ich nicht abends da noch sitzen und so zocken. Da hab ich was Besseres zu tun. Wenn andere von euch da bis Sonntagabend meinen müssen da, äh, bitte, ich brauch's nicht. Weil ich kann man bei der Freizeit auch ein bisschen was anderes anstellen, außer nur zocken und zocken und streamen. Und, ne, brauch ich nicht. Da kommt man schon runter, Filmchen gucken oder was. Da kommt man wieder ein bisschen auf andere Ideen. Irgendwann lässt man einfach das Gehirn, Gehirn sausen und, ähm, ja. So, bin mal gespannt, was diese Woche jetzt noch alles Schönes kommt. Deswegen will ich sagen, ähm, danke fürs Zusehen. Eure Information ist halt, ähm, immer noch dieses hier. Danach werde ich mich jetzt auch ein bisschen richten. So, einen Moment, machen wir wieder heller. Und ich würde sagen, mehr habe ich nicht zu erzählen. Wünsche euch noch alles, äh, schöne und, äh, nachträglichen, äh, tollen Sonntag. Hab ich euch, habt ihr doch hoffentlich gehabt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und, äh, ciao mit Vau. 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 Bis zum nächsten Mal.